Charlotte, wo warst du nur? Du kannst doch nicht einfach das Schloss verlassen. Ja, aber Mama, es ist so langweilig hier. Ich muss den ganzen Tag nur mit den blöden Angestellten spielen und habe keine richtigen Freunde. Und rate mal was, ich war das erste Mal auf dem Spielplatz und habe gleich zwei super nette Mädchen kennengelernt. Und eine davon sah sogar genau gleich aus wie ich. Sie sah genau gleich aus wie du? Wie meinst du das? Na, sie sah halt genauso aus wie ich. Und wie hieß sie? Sie hieß Isabel. Was? Sie hieß Isabel? Aber das ist doch unmöglich. So, Charlotte, also so wie du vorher über unsere Angestellten geredet hast, das mag ich überhaupt nicht. Sie als blöd zu bezeichnen, sowas haben wir dir nicht beigebracht. Entschuldigung, ich weiß, das ist mir nur rausgerutscht und ich habe es auch eigentlich gar nicht so gemeint. Die sind ja auch immer nett und geben sich auch voll viel Mühe. Aber ich wollte eigentlich damit nur sagen, dass ich halt viel lieber mit Kindern in meinem Alter spiele und nicht mit Erwachsenen. In Ordnung, das verstehen wir natürlich. Aber achte bitte nächstes Mal auf dein Wortlaut. Ja, das mache ich. So, und jetzt noch zu dir, Elisabeth. Irgendwie kam es so rüber, als ob du den Namen Isabel kennst. Ähm, nein, nein, ich kenne den Namen nicht. Ich habe da nur was verwechselt. Bist du dir da sicher? Ja, natürlich. Ich habe da nur was verwechselt. Okay, also Charlotte, wir können übrigens das so machen. Wenn du dich mit diesen Mädchen auf dem Spielplatz so gut verstanden hast, dann können wir sie doch auch mal hierher einladen. Das halte ich für keine gute Idee. Wir kennen sie ja nicht mal. Und wir können doch nicht fremde Leute einfach hier ins Schloss lassen. Aber Elisabeth, das sind doch nur Kinder. Ja, das sind nur Kinder, aber die haben auch Eltern und Familie und so weiter. Und was ist, wenn sie das nicht wollen? Aber ich möchte, dass sie zu uns kommen. Das wäre so toll. Und dann muss ich mich auch nicht rausgleichen. Hihi. Na gut, wenn ich sie erstmal kennengelernt habe, dann können sie uns von mir aus besuchen. Naja, Elisabeth, ich finde, da übertreibst du ein bisschen. Aber naja, klärt das einfach. Ja, super. Hauptsache, sie können mich mal besuchen. Am nächsten Tag. Heute Mittag gehen wir wieder auf den Spielplatz. Und vielleicht treffen wir die Prinzessin Charlotte wieder. Ja, das wäre sehr toll. Oh Mann, das ist doch unglaublich, dass wir eine Prinzessin als Freundin haben werden. Äh, ihr wollt eine Prinzessin auf dem Spielplatz treffen? Ja, das ist die Prinzessin Charlotte. Das glaube ich nicht. Was soll denn eine Prinzessin auf einem normalen Spielplatz machen? Und das auch noch allein. Das darf sie bestimmt gar nicht. Doch, wir haben sie wirklich getroffen. Und sie sah mir komischerweise richtig ähnlich. Ja, ich kann das bestätigen. Ich war doch auch dabei. Mädchen, ich glaube, da hat euch irgendwer veräppelt. Also Prinzessinnen dürfen ganz sicher nicht auf öffentlichen Spielplätzen spielen. Sie könnten ja sonst entführt werden. Oder Schlimmeres sogar. Oh, stimmt. Was denkst du, Isabel? Hat sie uns veräppelt? Hm, jetzt bin ich durcheinander. Keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall richtig gemein, wenn sie uns veräppelt hätte. Aber egal. Lass uns später einfach Spaß auf dem Spielplatz haben. Und wenn sie dann kommt, werden wir sie zur Rede stellen. Ja, das ist ein guter Plan. Dann wünsche ich euch viel Glück für später. Zwei Stunden später. Mama, darf ich auf den Spielplatz gehen? Ich möchte mich nicht nochmal rausschleichen. Ja, darfst du. Aber ich komme mit. Nein, das ist komisch. Warum sollst du denn mitkommen? Ich habe ja gesagt, ich möchte sie erstmal kennenlernen, bevor sie dich hier besuchen kommen. Und eins verspreche ich dir. Ich werde einfach da in der Nähe stehen und alles beobachten und euch nicht stören. Ich möchte mich einfach nur vergewissern, dass alles, was du erzählt hast, auch stimmt. Na gut, dann machen wir das. Okay, Charlotte. Ich werde hier hinten versteckt bleiben und euch beobachten und du kannst zu ihnen gehen. Okay. Hallo, ich bin's wieder. Hallo. Hallo. Was ist denn los? Seid ihr traurig? Nein, aber ich glaube, du hast uns veräppelt. Euch veräppelt? Wieso denn? Womit? Was habe ich gemacht? Du bist gar keine Prinzessin. Wir haben es im Kindergarten erzählt und die Erzieherin hat uns gar nicht geglaubt. Und sie hat gemeint, dass du uns bestimmt einfach nur veräppelt hast. Und, dass Prinzessinnen ja gar nicht auf öffentliche, normale Spielplätze gehen dürfen. Ja, das stimmt, aber ich habe mich doch rausgeschlichen. Ich hatte euch doch am Anfang erzählt, dass ich gerne mit normalen Kindern spielen möchte, in meinem Alter. Und nicht nur mit den Angestellten im Schloss. Also, ich kann das nicht so wirklich glauben. Ich auch nicht. Doch, bitte glaubt mir. Ich sage wirklich die Wahrheit. Okay, ich beweise es euch, denn meine Mama ist auch da. Was? Die Königin ist auch hier? Ja, jetzt glauben wir dir gar kein Wort mehr. Genau, lass uns jetzt bitte einfach alleine spielen. Wir glauben dir nicht. Wartet nur ab. Ich beweise es euch. Mama, du musst jetzt unbedingt mitkommen. Was? Aber warum soll ich denn mitkommen? Sie glauben mir gar nicht, dass ich eine Prinzessin bin. Du hast gar keine Chance. Du musst jetzt einfach mitkommen. Und dann kannst du sie auch kennenlernen. Na gut, dann lass uns gehen. Guten Tag. Oh mein Gott, das ist ja wirklich die Königin. Ich habe sie letztens sogar im Fernsehen gesehen. Dann ist Charlotte ja wirklich eine Prinzessin. Ja, das bin ich. Wer seid ihr denn? Ich bin die Anna. Und ich bin die Isabel. Hallo Anna. Hallo Isabel. Isabel, wie alt bist du denn? Ich bin sechs Jahre alt. Ah, okay. Und weißt du auch dein Geburtsdatum? Ich bin am 29. September geboren. Oh Gott, das kann doch nicht sein. Sie ist es tatsächlich. Sie ist hundertprozentig die Zwillingsschwester. Meine Isabel, endlich treffe ich sie. Genau wie meine Charlotte am 29. September geboren. Endlich habe ich sie gefunden. Isabel, es freut mich wirklich so sehr, dich kennenzulernen. Danke. Du bist voll lieb, obwohl du Königin bist. Das freut mich. Und warum weinst du, Mama? Sie hat mich nur an jemanden erinnert, den ich sehr lieb habe. Was? Wirklich? Das freut mich. Okay, Mama. Kannst du uns vielleicht jetzt allein lassen? Wir würden gerne hier spielen. Okay, dann spielt mal schön. Ich bin hier in der Nähe. Okay. Charlotte, findest du es nicht merkwürdig? Wir sehen gleich aus. Und sind beide am 29. September geboren. Ja, das kann doch gar kein Zufall sein. Vielleicht seid ihr Geschwister. Oder sogar Zwillinge. Oh, das wäre ja so toll. Ja, eine Zwillingsschwester, die auch noch Prinzessin ist. Das ist ja mega. Na ja, dann kommt. Lasst uns jetzt mal spielen gehen. Oh ja. Äh, Leute. Ganz kurz noch eine Frage. In welchen Kindergarten geht ihr eigentlich? Wir gehen in den Kindergarten Villa Kunterbunt. Ist ganz in der Nähe vom Spielplatz. Okay, super. Vielleicht darf ich euch auch mal irgendwann einen Besuch abstatten. Oh ja, das wäre so toll. Auf jeden Fall. Zwei Stunden später. Mama, Papa, ich muss euch unbedingt was erzählen. Das ist unglaublich. Was denn? Wir sind gespannt. Ich habe auf dem Spielplatz eine echte Prinzessin getroffen. Welche Prinzessin denn? Die vom Königshaus. Also vom Schloss. Was? Eine Prinzessin? Einfach auf dem Spielplatz? Das gibt es nicht. Ja, das dachten Anna und ich auch. Aber das stimmt wirklich. Sie wollte halt unbedingt mit normalen Kindern spielen. Und deswegen hat sie sich einmal rausgeschlichen. Und dort haben wir sie dann kennengelernt. Und beim zweiten Mal kam sie sogar mit ihrer Mama. Der echten Königin. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt einfach Anna. Sie war nämlich auch dabei. Und wisst ihr, was auch noch cool ist? Und zwar heißt sie Prinzessin Charlotte. Und sie sieht genau wie ich aus. Und hat sogar am gleichen Tag Geburtstag. Und die Anna meint, vielleicht sind wir sogar Zwillinge. Sie heißt Charlotte und wurde am gleichen Tag geboren wie du? Oh nein, das muss doch ihre geheime Zwillingsschwester sein. Das sind sie. Es sind Zwillinge. Oh, wie süß. Am liebsten würden wir die beiden nehmen. Aber leider ist unsere Wohnung nicht so groß. Ja, und deshalb haben wir uns für die Isabel entschieden. In Ordnung. Dann bleibt Charlotte noch hier. Alles Rechtliche haben wir ja bereits geklärt. Falls sie sonst noch irgendwelche Fragen oder Anliegen haben, dann melden sie sich gerne bei uns. Und die Adoptionspapiere lasse ich ihnen demnächst schon zukommen. Wichtig ist noch, dass sie sich beim Standesamt melden. Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal. Keine Ursache. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. Okay, Isabel, was ist denn dann passiert? Ja, wir haben uns angefreundet und wir möchten zusammen spielen. Und vielleicht dürfen wir die Prinzessin Charlotte auch mal besuchen. In ihrem Schloss. Und sie hat gar nichts dagegen. Na gut, das müsste ich erstmal mit Papa besprechen, ob du sie überhaupt besuchen darfst. Aber warum denn? Das sind einfach Leute. Die sind nicht so wie wir. Aber die waren mega nett. Und glaub mir, die Mutter, die Königin, war so, so lieb. Und sie hat sich auch so befreut, mich kennenzulernen. Sie hat dich auch noch kennengelernt? Ja. Okay, Isabel, geh jetzt bitte erstmal auf dein Zimmer. Sofort. Warum seid ihr jetzt so? Das ist doch gemein. Oh nein, das ist wirklich die andere Zwillingsschwester. Und sie ist auch noch die Tochter von der Königin. Das heißt, die Frau, die die Kinder abgegeben hat, war die Königin? Und hat den König geheiratet? Wie ist sowas nun möglich? Keine Ahnung. Wie auch immer. Ich denke, wenn wir nichts dagegen unternehmen, verlieren wir Isabel in Nullkommanichts. Oh nein, oh nein, was machen wir denn? Als erstes dürfen sie sich nicht mehr treffen. Aber das können wir doch nicht machen. Ja, hast du eine andere Idee? Nein, eigentlich nicht. Also darf sie sie nicht mehr treffen. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ich rufe sie. Isabel, kommst du bitte? Was ist? Wir müssen dir was erzählen. Also, ich habe mit deinem Papa geredet. Und wir denken, dass es das Beste für dich und für uns alle ist, wenn du dich nicht mehr mit der Prinzessin triffst. Was? Aber warum? Das war doch so cool und ich habe mich so gefreut. Nein, du darfst dich einfach nicht mit ihr treffen. Das ist nicht unser Niveau. Denn normale Menschen treffen sich nicht mit irgendwelchen Königinnen und Prinzessinnen. Das wird einfach einen schlechten Einfluss auf dich haben. Das wollen wir nicht. Wir sind deine Eltern und entscheiden das. Punkt fertig. Ich, keine Diskussion. Das ist einfach so unfair. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so gemein seid. Ich gehe. Oh Mann, das tut mir so leid. Aber wir haben keine andere Wahl. Am nächsten Tag. Anna, ich muss dir unbedingt was erzählen. Und zwar habe ich gestern meinen Eltern von Prinzessin Charlotte erzählt. Und der ganzen Sache mit dem Spielplatz und so. Und sie haben dann gesagt, dass ich mich nicht mehr mit ihr treffen darf. Weil sie anscheinend einen schlechten Einfluss auf mich haben wird. Und man sich nicht mit anderen Prinzessinnen und Königinnen trifft. Was? Oh nein, das ist ja traurig. Ja, das ist so gemein von ihnen. Da hast du recht. Das ist so schade. Am Nachmittag. Eine Woche später. Mama, ich möchte wieder zum Spielplatz. Vielleicht kommen sie heute. Schatz, ich glaube, sie kommen nicht mehr. Bestimmt hat Isabel es der Mutter erzählt. Und deswegen verbietet sie ihr, sie zu treffen. Aber bitte Mama, lass uns nur einmal kurz gucken. Vielleicht sind sie ja heute da und wir haben sie die letzten Tage nur immer verpasst. Na gut, aber nur kurz, okay? Ja. Bis gleich. Viel Glück. Oh, hallo. Ich habe euch ja lange nicht mehr gesehen. Ja, ich war jeden Tag auf dem Spielplatz und habe nach euch gesucht, aber ihr wart nie da. Was ist denn los? Isabel darf nicht mehr auf den Spielplatz kommen. Ihre Eltern verbieten ihr es, mit der Prinzessin zu spielen. Oh nein, dann möchte ich gar keine Prinzessin sein. Ich dachte, ich hätte so tolle Freundinnen gefunden. Ach, Schatz, bitte mach dir nicht so einen großen Kopf. Komm, spiel jetzt doch etwas mit Anna und wir werden bestimmt schon eine Lösung finden. Hm, okay. Ich gehe dann wieder ins Schloss. Du kommst dann bitte auch bald. Ja. Komm, lass uns aufs Klettergerüst gehen. Mhm. Oh, Charlotte, du bist schon zurück? Ja, Anna musste schon nach Hause gehen. Charlotte, ich denke, es ist an der Zeit, dir etwas zu erzählen. Was denn? Also, du erinnerst dich doch noch bestimmt. Bevor ich den Job hier im Schloss bekommen habe und den König schließlich geheiratet habe, waren wir leider sehr arm. Und weißt du was? Ich habe nicht nur dich bekommen, sondern hatte Zwillinge erwartet. Was? Zwillinge? Ja, nur leider war ich in der Zeit so arm, dass ich kaum Essen für euch hatte. Und deshalb hatte ich mich, ohne arg darüber nachzudenken, dazu entschieden, euch in ein Kinderheim abzugeben, in der Hoffnung, dass ihr es dort besser haben werdet. Aber ich hatte die Entscheidung dann sofort bereut und wollte euch wiederholen. Aber dann war es schon zu spät. Ich bin dann am nächsten Morgen hingegangen und dann warst nur noch du da. Und deine Schwester, das andere Kind, wurde bereits schon adoptiert. Oh je! Und jetzt ist das Schicksal tatsächlich so gekommen, dass wir deine Zwillingsschwester schon gefunden haben. Es ist nämlich Isabel. Aber weißt du, die Eltern von ihr, die sie adoptiert haben, haben Angst, sie zu verlieren. Ja, aber wenn das meine Schwester ist und deine Tochter, warum holst du sie da nicht einfach hierher? Charlotte, wie können Sie Ihren Adoptiveltern doch nicht einfach wegnehmen? Sie haben sie ja schließlich ganz offiziell adoptiert und sind ihre Erziehungsberechtigten. Ich habe sie ja geboren, aber dadurch, dass ich sie abgegeben habe, wurde sie leider eben von anderen adoptiert. Oh, okay. Ja, das ist natürlich schwierig. Aber keine Sorge, wir werden schon eine Lösung finden. Ich muss jetzt erstmal alles deinem Papa erzählen. Ja, mach das besser. Mhm. Du, Wilhelm, ich muss dir was erzählen. Oh, was ist denn los? Du siehst traurig aus. Ich bin wirklich gespannt, was es ist, denn in der letzten Zeit bist du ziemlich neben der Spur. Ja, das hat auch einen Grund. Erinnerst du dich an das Mädchen, das Charlotte auf dem Spielplatz getroffen hat? Die Isabel? Ich habe dir da leider die Wahrheit verschwiegen, da ich nämlich so überfordert und erschrocken war. Okay, ich bin ganz ohr. Die Isabel ist die Zwillingsschwester von Charlotte. Was? Die Zwillingsschwester? Wie kann das denn passieren? Ich hatte dir das so lange verschwiegen, da mir das einen großen Kummer im Leben bereitet hat. Ich war so erfüllt von Trauer, dass ich gar nicht darüber sprechen konnte. Ja, aber du weißt doch, mit mir kannst du immer über alles sprechen. Jetzt bin ich etwas enttäuscht. Ja, es tut mir sehr leid, aber ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, dir zu erzählen, dass ich meine Kinder abgeben wollte. Denn so bin ich nicht. Ich hatte nur überlegt, sie abzugeben, da ich sie fast gar nicht ernähren konnte und ich früher sehr arm war. Aber als ich das gemacht habe, hatte ich es sofort bereut. Aber als ich die beiden zurückholen wollte, es hat nicht mal einen Nachmittag gebraucht, da war die eine schon adoptiert. Und das war Isabel und ich durfte nicht mal wissen, wer sie adoptiert hat. Und jetzt, dass das Schicksal so wollte, wissen wir alles. Ja, und jetzt möchte ich meine Zwillingsschwester wieder haben. Charlotte, so einfach ist es leider nicht. Aber Papa, du bist doch der König. Du kannst alles entscheiden. Ja, ich kann vieles entscheiden, aber das Gesetz kann ich doch nicht verändern. Auch wenn Isabel deine Zwillingsschwester ist, sie hat jetzt andere Eltern. Aber die sind nicht ihre richtigen Eltern. Doch, das sind ihre Eltern. Außer ihnen kennt sie niemand anderen. Denn sie weiß es nicht. Dann werde ich es ihr sagen und dann wird sie bestimmt zu uns kommen wollen. Das wird leider nicht funktionieren, Charlotte. Dann möchte ich nicht mehr im Schloss wohnen. Ich möchte nämlich bei ihr sein. Warum könnt ihr nichts ändern? Ihr habt doch gesagt, ihr werdet eine Lösung finden. Fortsetzung folgt in Part 3. Bis zum nächsten Mal.